Hallo zurück zu Leute heute live aus München. 13 Jahre lang haben sich Generationen von Menschen vor dem Fernseher versammelt, um Dallas zu gucken. Die Serie lief weltweit in 90 Ländern und Linda Gray wurde über Nacht zum Superstar. Jetzt hat sie ein Buch geschrieben, eine gute Gelegenheit zu schauen, wie es ihr heute geht. Durch einen Garten gehen, das war für Linda Gray nicht immer selbstverständlich. Als Fünfjährige wurde sie wie durch ein Wunder von der Kinderlähmung geheilt. Danach wurden ihre langen Beine zu ihrem Kapital, das sie lebenslang pflegt. Einfach laufen, tanzen, sich bewegen und das Leben genießen. In vollen Zügen. Die Juwelierstochter aus Kalifornien wächst in einem streng katholischen Elternhaus auf. Da wird man nicht Schauspielerin. Ihre Mutter wird zur Alkoholikerin, weil sie ihren Traum nicht ausleben kann. Die kleine Linda muss früh erwachsen werden. Sie heiratet mit 22, zu jung, wie sie heute sieht. Ihre Ehe mit Ed Thresher ist nicht glücklich. Also habe ich mich voll auf die Kinder konzentriert, ihnen ein Leben aufzubauen. Wir hatten eine Farm auf dem Land mit Tieren. Das wurde mein Leben, der erfüllende Teil, den ich in der Ehe nicht hatte. Und dann kam Dallas, der Welterfolg, die berufliche Erfüllung für die 37-Jährige. Ich wurde sehr berühmt. Viele Ehemänner kommen damit nicht klar. Sie wollen, dass du zu Hause bist. Ich habe Dallas als Geschenk gesehen, mein Traum zu schauspielen. Die Kinder waren ja nicht mehr klein, 11 und 13. Und wir hatten ja damals nicht zu träumen gewagt, dass das eine so globale Sache werden würde. Der Ehemann ging, Larry Hagman kam. Sue Ellen und J.R., im Fernsehen ein Ehepaar, im Leben sehr eng befreundet. Die beste Beziehung meines Lebens. Wir hatten diese Chemie in jeder Folge. Larry und ich waren wie Kleber. Mit ihm war es wie in einem Tennisspiel. Wir spielten uns die Bälle einfach zu, geradezu magisch. Es war wunderbar, mit ihm zu arbeiten. Offen und ehrlich geht Linda Gray durch ihr Leben. Sie ist ein durch und durch positiver Mensch, der sich seine Überlebensstrategie hart erarbeitet hat. Was ich in schwierigen Situationen tue und immer getan habe, ich vergegenwärtige mir, was eigentlich passiert ist, wie mich das Geschehene beeinflusst. Dann, und das nenne ich die Trampolin-Taktik, falle ich erst mal, gehe durch das Tal und komme dann wieder hoch, denn du kannst nicht immer im Schmerz leben. Ich habe für mich die Philosophie gewählt, aus Krisen und gestärkt herauszugehen. Jedes Leben ist anders. Ich bin dankbar für alles, was mir widerfahren ist. Die Straße zu Glück und Weisheit ist immer eine Baustelle, sagt Linda Gray. Sie hat 75 Jahre ganz gut gelernt, nicht darauf zu straucheln.